Dein Gerät muss repariert werden? Dann komm zu Apple. Wir helfen dir dabei, einen Termin in einem Apple Store oder bei einem autorisierten Apple Service Provider zu vereinbaren. Einer davon ist bestimmt in deiner Nähe. Es gibt sogar Termine am gleichen Tag oder du kommst einfach ohne Termin vorbei. In Apple Stores und bei autorisierten Apple Service Providern helfen dir von Apple geschulte Techniker, die Apple Originalteile verwenden. Außerdem steht Apple hinter all diesen Reparaturen. Wir sind für dich da, wenn dein Apple Gerät defekt ist.